Ich bedanke mich für die Punktlandung. Es ist 15 Uhr. Die reguläre Tagesordnung wird jetzt für einen dringlichen Antrag unterbrochen. Die SPÖ fordert darin eine Lehrlingsgarantie. Denn die Sozialdemokraten befürchten, dass der Corona-bedingte Nachfrageeinbruch in der Wirtschaft auch dazu führen wird, dass Unternehmen sich auch mit Neuanstellung von Lehrlingen zurückhalten werden. Die SPÖ fordert daher unter anderem eine Lehrplatzgarantie für Jugendliche und eine Wiedereinführung der Ausbildungsgarantie bis 25. 74 Absatz 5 der Geschäftsordnung darf die Redezeit 20 Minuten nicht überschreiten. Frau Abgeordnete, Floris is yours.